Das ist Wien. Von außen. Von innen. Und hinter den Kulissen. Das ist Wien, wenn man nah, näher, ganz nah dran ist. Das ist Wien, wenn man nicht hinschaut. Das ist Wien heute und morgen. All das ist ganz Wien. Jetzt ist ganz Wien wieder Treffpunkt. Ist ganz Wien wieder original? Ist ganz Wien wieder reiner Genuss? Jetzt für immer. Das ist Wien. Das ist Wien.